Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Schmelzhasen, aus dem neuen Studio hier bei Make-O-Rama. Und mit mir dabei ist wieder der Steven vom Cry-Team. Hallo. Hi. Wir haben uns nach dem ersten Podcast ja mal überlegt, dass wir nochmal zusammen eine zweite Folge drehen wollen. Und heute haben wir auch wieder ein spannendes Thema, nämlich wo man denn überhaupt beim 3D-Drucker starten sollte, also welchen Drucker und ob denn überhaupt es Drucker gibt, die überhaupt noch zeitgemäß sind. Denn die Frage kam bei mir auch im Stream und in den Kommentaren ab und an mal auf und ich habe gedacht, okay, da könnten wir mal eine Folge drüber machen. Das ist natürlich ein super Einsteiger-Thema. Und ich habe gesehen, ihr habt auch ein Video darüber gemacht. Stimmt das? Ja, genau. Es dürfte jetzt schon zwei, drei Wochen her sein. Ich hatte mir auch mal überlegt, weil bei Facebook liest man es ganz öfters, die Frage, ich möchte mir einen Drucker kaufen, was könnt ihr mir denn bis 300 Euro empfehlen und was nicht? Da kommt halt bei vielen eine Aussage, wo man halt einfach das preisliche Budget schon überschreitet. Und ich wollte es auch nicht bewerten, ob es sinnvoll ist, so günstig einen 3D-Drucker zu kaufen, sondern einfach nur die Frage beantworten, wenn ich nur 300 Euro zur Verfügung habe, um mir den ersten 3D-Drucker zu kaufen. Was soll es denn für einer werden? Weil in dem Bereich gibt es sehr viele billige Modelle, wo man aufpassen muss, wenn man noch keine Ahnung hat, gewinnt man da keinen Blumenstrauß damit. Und da hatte ich einige Modelle vorgestellt, um mal für die einen Anhaltspunkt zu bieten. Das ist so ein halbwegs namhafter Hersteller. Der hat schon ein paar Erfahrungswerte gesammelt und weiß, wo er zur Not einsparen kann, um trotzdem noch einen guten Drucker zu gewährleisten. Was für Hersteller hast du da alle genannt? Jetzt, wenn du sagst, namhafter Hersteller? Ja, QLT bietet einige an. Unter 300 Euro. Lärtsch hatte ich mir rausgesucht gehabt. Und auch unter 150 Euro in der Preiskategorie gibt es da einige, auch von QLT und Lärtsch. Und dann gibt es bis 300 Euro Anycubic und BQ und noch einige Modelle, die sozusagen in der Einstiegsversion auch unter 300 Euro zu bekommen sind. Ja, das sind ja auch vor allen Dingen sehr namhafte Hersteller, würde ich schon mal sagen. Also gerade Creality und, wie heißt das, Anycubic. BQ kenne ich jetzt halt eher als Big G-Tech, dass die halt die ganze Hardware halt herstellen, wie zum Beispiel den Eddy und die ganzen Boards, wie jetzt das Octopus und das Octopus Pro und sowas in Richtung. Aber ja, die haben auch Drucker. Das mag man erst mal gar nicht denken. Die haben einen rausgebracht, aber jetzt ist es ein bisschen ruhig geworden. Ich glaube, dass sie sozusagen nicht die Ziele erreicht haben, die sie erreichen wollen. Oder die können sozusagen von ihrem Preismodell nicht mit anderen Herstellern mehr mithalten, wo die sagen, nee, fokussieren wir uns wieder lieber auf das Kerngeschäft und bieten sozusagen Komponenten für 3D-Drucker an. Ja, ja, absolut. Ich habe auch in dem Video zum Ender 3 V3 nochmal gesagt, weil Creality ja jetzt gerade in ihrem Geburtstag-Stream halt nochmal ordentlich quasi einen draufgesetzt hat, auch vom Preis her. Da sind mir vor allen Dingen die Drucker wie der Ender 3 V3 KE und SE aufgefallen, die du dann schon deutlich unter 200, ich glaube der SE war bei 179 oder so in der großen Richtung plus Versand. Das ist natürlich schon eine Preiskategorie, wo du schon einen Drucker bekommst, der nicht wirklich schlecht ist, muss ich sagen. Also hast du den denn schon mal testen können soweit an sich? Bei den Ender habe ich bis jetzt außer den, den ich in dem Video vorgestellt habe, den ganz kleinen greifbaren noch keine getestet, weil der Produktzyklus mir einfach zu schnell ist. Die werfen, ich muss es einfach so sagen, die werfen gefühlt alle drei Monate neun Drucker auf dem Markt. Und da bringt es einfach nicht, die Drucker zu testen, weil bis man gefühlt das Video fertig hat, haben sie schon sozusagen das erweiterte oder ein anderes Modell rausgebracht. Ja, habe ich erst mal weggelassen. Ich schaue mir die Modelle sozusagen von dem Data Sheet an und dann schaue ich mir auch Videos an, die die Drucker auch kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen, weil da kann man es unter Umständen machen, wenn man sich aber den Drucker wie auf unserem Kanal erst mal kaufen muss. Und dann ist das Video schon veraltet, wenn es rauskommt. Richtig. Dann bringt das einfach niemanden Mehrwert. Ja, also ich habe das Glück gehabt auf dem Kanal hier, dass wir halt von Creality angeschrieben worden sind. Beziehungsweise beim Ender 3V3KE von Geekbuying. Die haben gemeint, wie willst du denn den Ender 3V3KE testen? Ich habe gesagt, klar, schick rüber. Und ich muss sagen, das war ein grundsolider Drucker. Der hat eine schöne Druckqualität gehabt. Du hast da wirklich schöne Druckobjekte runterbekommen. Und das Ding kostet mittlerweile, glaube ich, auch unter 300 Euro, wenn ich das richtig gesehen habe. und ich habe nach dem Video, nach dem Review halt an, wie heißt es, an das Jugendzentrum hier in Bösingen, also in Freiburg, hier im Kanton Freiburg weitergegeben, in der Schweiz. Die haben das Ding jetzt seitdem quasi tagtäglich im Einsatz für die Schüler, die dann nach der Schule da hinkommen und was arbeiten. Das Ding liefert einfach ab. Ja. Und für den Preis muss ich ganz ehrlich sagen, da hast du auch ein Paket mit dabei. Gerade beim KE, beim SA jetzt eher weniger, aber beim KE hast du halt auch das Nebula-Pad mit dran. Das heißt also dieses Clipper-basierte Board, was da in dem Display drin verbaut ist. Das heißt, du kannst damit unheimlich viel anstellen. Da kannst du auch einen Spoolman mit einbinden. Du kannst damit umgehen, quasi wie mit jedem anderen Clipper auch fast schon. Man muss halt auch darauf achten, dass du halt statt mit Kiao, das ist jetzt ein bisschen weit vorgegriffen, aber statt dass du mit Kiao halt mit diesem Konsolentool arbeitest, mit diesem Helper-Skript, aber ansonsten funktioniert das genauso. Und da kannst du halt so viel aufbauen und so viel mitmachen, dass du so viel Potenzial in dem Drucker. Genau. Bei der V3-Serie oder auch bei den anderen in der Druckern, es gibt einfach eine riesengelige Produktpalette. Ich habe den V3 in die Preiskategorie, wenn er im Angebot ist, unter 300 Euro in meinem Video auch mit reingepackt. Was leider schwierig ist bei Ender für Anfänger herauszufinden, was für einen Drucker soll ich mir kaufen. Das ist nicht so, dass sie gefühlt eine Art Einstiegsmodell haben und haben dann sozusagen noch vier teurere Modelle, wo immer wieder neue Features dazukommen. Mittlerweile ist Ender leider dazu auch übergegangen, Features sozusagen zu mischen, dass man sagt, es gibt einen Drucker, der ist 50 Euro teurer, der hat diese und diese Features und dann gibt es noch einen weiteren, der ist nochmal 50 Euro teurer und dann denkt man, okay, dann bekommt man noch weitere Features dazu. Da ist aber unter Umständen aus dem günstigeren Modell ein Feature wieder weggespart worden. Das macht es ganz schwierig, sodass ich den Personen, die drüber nachdenken, sich einen Drucker zu kaufen, eher zu sagen, was wollt ihr für Features haben, ist natürlich als Anfänger ganz schwierig zu wissen, was will man denn überhaupt. Demzufolge ist die Ender-Produktpalette für Anfänger relativ schwierig. Man muss unter Umständen sich einfach mal einen aussuchen. Da kann man mit der V3-Serie, glaube ich, gar nichts falsch machen in den verschiedenen Bereichen und dann muss man schauen, wenn man sich vielleicht den zweiten oder dritten kauft, auf was für eine Features will man jetzt nicht mehr verzichten, wie bei den Bett-Slinger-Modellen. Vielleicht eine zweite motorisierte Spindel oder andere Features, die bei den Modellen dann im hochpreisigen Segment mit dabei sind. Aber das macht es ein bisschen schwierig, bei den Ender-Modellen da einen Überblick zu bekommen, weil die vergleichen die Modelle auch nicht untereinander, wo man in der Tabelle gut gegenüberstellen kann, welche Features haben wir jetzt welches Modell. Absolut, absolut. Das fehlt mir auch so ein bisschen. Das hat man auch gemerkt, allein schon in der V3-Generation jetzt. Ich meine, es gibt ja den Ender 3. Es gibt den Ender 3 V2. Dann gibt es den Ender 3 V2 Neo, glaube ich. Dann gibt es noch mal was. Ich habe es mittlerweile auch echt aufgegeben, den Überblick zu behalten. Das ist schade. Ich würde mir wünschen, dass Creality da so ein bisschen aufräumt. Das war ja bei Samsung damals im Smartphone-Bereich auch so. Die haben wirklich für jeden Benutzertyp irgendwie, für jede Person im Prinzip so eine eigene Displaygröße rausgebracht, gefühlt mit eigenen Features und sowas. Und ich würde mir einfach wünschen, dass Creality sowas auch noch mal ein bisschen einsortiert und ein bisschen runterschrumpft, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt die Ender 3 V3-Serie und vielleicht noch mal ein Einstiegsmodell, was weiß ich, ein Ender 3 V3 Neo oder sowas in Richtung, ja? Also wirklich mit so wenig wie möglich Features irgendwie drin, so ganz barebone, wobei der Ender 3 V3 SE ist ja schon ganz gut eigentlich, ja? Von den Grundfeatures her, ja? Und für den Preis. Und dass man sagt, okay, der Rest, der geht einfach weg dann. Ja, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich finde den Weg von Anycubic da etwas besser, die sich auf vier Modelle zurzeit beschränkt haben. Die Dreier-Serie blende ich nochmal aus. Die kommt jetzt erst raus, aber die haben den Cobra 2. Ja. Dann haben sie das Pro-Modell, was sozusagen bessere Features bietet und dann haben sie mit dem Plus und Max halt einfach den Drucker noch mal größer gemacht. Aber so hat man eine gute Übersicht. Will man einen großen Drucker haben oder reicht einem der kleine Drucker bloß mit mehr Funktionen und ein bisschen hochwertigeren Bauteilen aus? Absolut. Das macht es einfacher. Elegoo macht das ja genauso. Also das finde ich auch so schön, dass man bei Anycubic und Elegoo quasi so ein bisschen, naja, ich sag mal mal so einen besseren Überblick hat einfach, weil die Modelle halt einfach abschätzbar sind halt und sprechen. Ja. Und die drucken auch gut und sind halt, ja. Und die nehmen dann gegebenenfalls auch das ältere Modell einfach aus ihrem Bestand raus. Bei Enter kommen ja einfach nur neue Modelle hinzu und dann weiß man nicht, ist jetzt der V2 SE besser als der V3 oder was soll man dann nehmen, weil sozusagen drei Generationen einfach noch kauflich zu erwerben sind und vielleicht die älteren Modelle, die sozusagen das High-End-Modell waren, besser sind als das neue Modell sozusagen in der niedrigsten Preiskategorie. Richtig. Richtig, genau. Ja. Ja. Aber kommen wir erstmal zurück zu dem vielleicht preislichen Thema. Wir hatten jetzt so eingestiegen bis 300 Euro. Das ist ja erstmal die wichtigste Frage, wenn man mit seinem 3D-Druck einsteigen will. Will man erst, will man lieber viel Geld ausgeben, um zu sagen, okay, dann kauft man nicht zweimal und oder kauft man sich erstmal was günstiges? Was sind da deine, was gibst du deinen Community-Mitgliedern mit, wenn du gefragt wirst, soll ich lieber Geld doch in die Hand nehmen, um was höherpreisiges zu kaufen und hab dann das Geld aus dem Fenster geschmissen, wenn mir das Thema nicht gefällt? Oder soll ich lieber erstmal günstig anfangen? Also ich sag mal so, ich kann beide Sichtweisen verstehen. Ich würde auf jeden Fall nicht zu wenig Geld, wie heißt das, ausgeben oder an jeder Ecke sparen, weil man dann, wer billig kauft, kauft zweimal. Beziehungsweise damals war es halt so, ich erinnere mich an meinen ersten Drucker, das war ein Hicktop i3-Klon. Ja, und da war alles vom billigsten halt entsprechend, weil ich gedacht hab, okay, komm, ich probier's einfach mal aus und hab dann so gerade mit Ach und Krach ein paar Drucke hinbekommen, bis dann das Hotend komplett kaputt war und die Halterung war auch komplett selbst gedruckt und so. Ja, da hatte ich mir auch gedacht, ich hab jetzt mal ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Dann hatte ich gedacht, okay, komm, dann kaufst du dir halt so ein XYZ-DaVinci-Mini. Der war damals auch irgendwas um die 300, 400, 500 Euro oder so in Richtung. Ja, kleines Druckbett, ultra kleines Druckbett, hat wiederum das Problem gehabt. Es war halt ein komplett geschlossenes System und da war auch das Filament sozusagen an sich geschlossen, weil in jeder Spule war quasi ein Chip drin eingebaut. Jetzt kein NFC-Chip, sondern wirklich noch so eine Platine. Und die hat halt entsprechend dann mitgezählt, wie viel angeblich da schon verdruckt worden ist. Das hat nie gestimmt. Also ich hab immer so ein paar Gramm Rest gehabt und konnte nie verdrucken. Das hat mich dann auch geärgert und erst als ich mir dann wirklich damals, es war kein Brewster, um Gottes Willen, der erste gescheite Drucker, den ich mir gekauft hab, war kein Brewster, sondern war ein Ultimaker 2 Plus. Den hab ich damals relativ günstig bekommen für, was heißt relativ günstig, für 2000 Euro. Aber ich muss sagen, der Drucker druckt heute noch. Und der Drucker hat mir so viele Sachen, also hier im Hintergrund steht eine Ironman-Figur, die hab ich damals auf dem gedruckt und der konnte damals eine Layerhöhe drucken von 0,15. Das war damals selten. Ja, wenn ich jetzt auf irgendeinem Bettschubs oder so gedruckt hab, war das halt echt, naja, problematisch. Und der hat auch damals schon so ein paar Features gehabt. Ja, so eine Beleuchtung und war einfach zu bedienen. Und der hat noch ein 3er-Millimeter-Filament gehabt, statt den 1,75, weil das war dann auch ein bisschen einfacher in der Handhabung her, fand ich jetzt mal. Aber das sind halt langlebige Maschinen, die wirklich laufen und laufen und laufen und laufen und laufen. Den hab ich auch heute noch drüben stehen, den muss ich nur noch mal aufbauen und dann läuft der. Und der bringt mir halt immer noch einen Mehrwert. Und die 2000 Euro haben sich in dem Sinne auf lange Sicht für mich gesehen gelohnt. Ja, weil ich einfach hinstelle und läuft. Und der läuft sogar über Octoprint, das heißt also, ich könnte den sogar fernsteuern. Den alten Drucker, in Anführungszeichen, der ist jetzt fast acht Jahre alt. Der zweite Drucker, den ich gekauft hab, war dann auch über die, das ist im Zusammenarbeit mit der Stiftung zusammen, wo wir halt die Drucker in die Schule gestellt haben, war dann halt ein Bausatz vom Bruja i3 MK3. Und der läuft immer noch wie gedockt. Der läuft immer noch wirklich richtig gut. Und da muss ich sagen, da war die Investition, das Mehr an Geld, was ich investiert hab, wirklich jeden Cent wert. Weil ich stell das Ding hin, ich muss es kaum pflegen. Der MK4 ist genauso, der levelt sich sogar noch viel besser als der MK3. Und die laufen einfach. Und das sind einfach Arbeitstiere. Wie sagt der Grand von 3D Masketeers immer so schön, der Bruja i3 ist quasi der Toyota Corolla unter den 3D-Druckern. Der braucht kaum Ölwechsel, läuft aber seine eine Million Kilometer. Ja. Das ist das, was mich interessiert, weil ich sag, okay, ich möchte einfach drucken. Ich möchte eine gute Qualität haben. Ich möchte ein offenes System haben, wo ich auch nochmal ein bisschen was dran verändern kann. Beim MK3 hab ich irgendwann halt den Extra-Extruder installiert. Und der Mini, da kommen wir jetzt wieder zurück zu den günstigeren Drucker, ist genauso. Wenn man also sagt, okay, man möchte ein Arbeitstier haben, was lange läuft, das ist auch das Feedback, was ich von vielen bekommen hab, die den Mini jetzt schon von Anfang an haben. Ich hab den damals in der Pandemie in der ersten Versandkategorie bekommen. Das Ding läuft. Der hat jetzt seit sechs Wochen eine verstopfte Düse, weil ich halt im Umzug jetzt nicht dazu gekommen bin oder vor dem Umzug nicht dazu gekommen bin, die Düse sauber zu machen und zu reinigen und zu wechseln und alles drum und dran und die Heatbreak. Aber das Ding läuft. Ja. Und der Drucker hat damals, glaube ich, 500 Euro gekostet. Das ist also ein bisschen außerhalb vom Budget. Aber der hat richtig gute Sachen gedruckt und hat immer noch eine gute Druckqualität. Ich hab dem mit der Zeit dann nochmal eine neue schöne Druckplatte gegönnt, eine OSEC. Und da sind wir gleich beim Punkt. Gut. Ich würd in der Hinsicht nicht immer, wie heißt es, wie soll ich sagen, nicht am falschen Ende sparen. Also man kann sich durchaus gerne einen günstigen Drucker kaufen. Ja, also ein Ender 3 oder ein Ender Cubicobra oder sowas in der Richtung. Ja, dass man halt erstmal günstig einsteigt und guckt, was kann man halt verändern. Das finde ich so oder so gut. Weil man muss halt mit der Zeit, finde ich, auch in die Materie reinkommen, weil einfach sich einen Drucker zu kaufen, hinzustellen, fertig und läuft. Das wird nicht immer gut gehen, weil spätestens, wenn das erste Problem auftritt und du dann gucken musst, was du machst und dann das Ding aber so geschlossen ist und es dir schwer macht, quasi das Teil zu reparieren oder halt Ersatzteile zu finden. Ja, oder vielleicht selbst eine Lösung zu drucken. Dann ist halt der Spaß schnell vorbei. Das meine ich jetzt nicht böse, aber ich weiß, jetzt kriege ich gleich wieder einen Shitstorm dafür, aber der X1C, wenn ich ihn drüben stehen habe, ich weiß, wo dran ich schrauben muss und ich weiß, wonach ich gucken muss, wenn ich, wenn irgendwo ein Problem ist, weil ich schon genug Core XY Drucker zusammengebaut habe. Ein Beginner, der halt sich mit dem Slicer noch nicht auskennt und mit dem Drucken, mit den Konzepten, mit dem Bewegungsmechanismen nicht auskennt, der ist schnell überfordert, wenn er halt dann das Hotend vielleicht nicht vom Bamboo bekommt und dann vielleicht nicht weiterdrucken kann und dann ist der Spaß schnell vorbei und das ist halt bei Systemen, die günstiger sind, die offener sind, vielleicht besser. Nicht unbedingt, aber vielleicht besser in der Hinsicht, dass man sagt, okay, man kann halt nochmal gucken, dass man sich irgendwo bei Etsy vielleicht einen Teil bestellt, einen Ersatzteil, was man dann verbaut hat, oder bei AliExpress. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe einfach, dass ich halt unheimlich viel auch bei Amazon und sowas in Richtung bestellt habe an Ersatzteilen, um zu tauschen. Ich denke mal, das ist dem geschuldet, dass das klingt komisch, weil wir sind noch keine gefühlt 80 Jahre in dem Business, aber einfach in den letzten fünf Jahren hat sich so viel geändert, dass es in den ersten Jahren ja auch gang und gäbe war, Sachen selbst auszutauschen. Das wird in den nächsten Jahren, denke ich mal, dazu übergehen, dass es immer mehr so Konsumentendrucker gibt, die auch out of the box sind. Jetzt war es ja bisher so, es gab nur die hochpreisigen Industriedrucker und dann sozusagen die günstigen Drucker, die man gegebenenfalls selber zusammenbauen kann, auch wie die Wohrendrucker. Das wird künftig sich vermutlich unterscheiden und dann wird das eine Rolle spielen, für was kaufe ich mir den 3D-Drucker? Kaufe ich mir den, weil ich so technikbegeistert bin und sage, hier kann ich sozusagen einerseits an dem Drucker selbst basteln und den modifizieren oder verändern oder bin ich eigentlich nur der Kreative, der ein Gerät braucht, der meine Kreativität dann in ein greifbares Objekt gibt und mir ist die Technik vollkommen egal. So nach dem Motto Lego Playmobil Frage. Will ich das umbauen und bauen oder will ich einfach nur mit dem das aufbauen und dann damit spielen und das nutzen? Und das ist die erste Frage, die man sich stellen müsste. Wenn man eher in dem Bereich, das meine Erfahrung ist, ich möchte den Drucker hinstellen und drucken, dann muss man mit einer gewissen Mindestsumme schon anfangen. Wenn man sagt, ich will auch sozusagen was lernen beim Aufbauen, dann kann man unter Umständen nochmal den einen oder anderen Schein sparen, weil man sich günstigere Drucker kaufen kann, die sozusagen auch mal einen Fehler produzieren, den man dann selber mit dem technischen Spaß dann reparieren kann. Absolut richtig, absolut richtig, ja. Ich meine, ich habe das, da hast du schon recht, wenn du sagst halt, also ich kenne viele noch, weil die Branche halt noch so jung ist, das muss man halt überlegen, 2009 hat es ungefähr angefangen, ja, als die Patente von Stratasys ausgelaufen sind und da ist wirklich so der große Boom dann erstmal gestartet halt, wo es rausgekommen ist, das Ganze. Und damals war es halt noch gang und gäbe, dass man sich die Dinger selbst gebaut hat, weil es halt bis 2009 noch alles unter Patenten stand und kommerzielle Lösungen noch nicht verfügbar waren, wirklich großartig, ja. Und jetzt fängt man halt an, entsprechend das für sich zu entdecken, die Firmen fangen an, das für sich zu entdecken, was ich zum Teil gut finde. Ich habe auch schon beim Creality K1C zum Beispiel mal gemerkt, wenn da ja bestimmte Sachen einfach verbaut sind, ja, oder beim K1 auch schon, ja, diese Pullis und Motoren, die verbaut sind. Der Druck, keine Frage, ja, aber das Druckball zum Beispiel ist nicht hundertprozentig schön und gerade oder die Pullis sind halt entsprechend so groß, dass du halt Artefakte in der Druckoberfläche hast und das fällt mir jetzt auf, das fällt einem Anfänger vielleicht nicht auf. Und das ist ja auch schon ein Drucker, wenn man jetzt mal überlegt, das ist ja schon, der K1 ist ja schon ein Drucker, den du kriegst ja aktuell für irgendwas um die 400 Euro, ja. Weil halt, wie du eben gesagt hast, die Produktzyklen und die Generationen bei Creality gerade extrem schnelllebig sind, ja. Ähm, also da kommt man ja auch schon fast in diesen Bereich von 300 rein. Wart man noch ein Jahr, zwei ab, dann kriegst du den vielleicht auch schon, den K1 schon für 200, 300 Euro vielleicht hinterhergeschmissen sozusagen, in Anführungszeichen, ja. Weil es halt schon den K2 gibt. Ja. Der K2 Plus ist jetzt angekündigt, das heißt, es wird wahrscheinlich auch bald nochmal eine K2 und K2 Max geben oder so aus der Richtung. Und das geht unheimlich schnell. Das ist jetzt wirklich, ähm, ich vermute auch einfach mal, dass so ein Drucker wie der, wie der Ender 3 mit der Zeit einfach auslaufen wird. Und dass dann solche Geräte halt eher, äh, wie hast du es, in den Fokus rücken und dann da, wie hast du es verkauft werden, sag ich mal so, im günstigen Bereich, ja. 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 Ich würde es einfach auch mal interessieren bei den ersten Druckern, wenn ich das von dem Anycubic Viper feststelle. Ja. Man hat ja bei den chinesischen Herstellern, das ist ja immer so eine Frage mit einer Garantie, die hatten aber, weil sie ja vermutlich auch auf den Markt drängen wollten, ist ja, äh, nette Austauschpolitik, wenn man selber sozusagen beim Basteln was kaputt gemacht hat. Da gibt es viele, die da vermutlich gefühlt einfach dem Support gemeldet haben, hier ist kaputt gegangen und da haben sein neues Mainboard, neue Motoren zugeschickt. Wird halt die Frage sein, ob das die Händler langfristig durchhalten und ich gehe davon aus, vermutlich nicht, sondern die werden halt dazu übergehen, Produkte zu platzieren, die sozusagen als geschlossenes System agieren, damit die sozusagen ihre Garantie auch weiter, ähm, oder sozusagen die Garantiepolitik dann irgendwann halt auch mal in die Hand bekommen oder sozusagen auch durchsetzen können, indem man sagt, hier ist geschlossen, vielleicht ist hinten drauf dann irgendwann sogar ein Siegel drauf, was dann, wenn es zerstört worden ist, dann nicht mehr, ähm, unter die Garantie fällt. Haben wir ja schon. Ich denke mal, da werden sich langfristig die Hersteller da absichern, dass sozusagen durch Rumgebastel dann nicht eine Garantie ausgelöst wird, die dann eigentlich keine Garantie ist. Aber das, das haben wir ja schon eigentlich an sich. Also wenn du jetzt mal den K1 anguckst oder den K1C oder auch den X1C, ähm, gut, bei den anderen Bambo-Druckern, also alles, was unter der X1-Serie ist, also P1, A1, das ist ja nicht abwertend gemeint, aber der Unterschied ist halt einfach, die X1-Serie ist halt Linux-basiert und die P1- und A1-Serie nicht, ja. Und für die X1-Serie gibt es halt dieses X1 Plus, weil es halt ein Linux-basiertes System ist und man da quasi selbstständig entsprechend, wie heißt es, das System quasi hacken kann, um dort bestimmte Sachen einfach einzusehen und zu checken und, äh, wie ist es, ne, Konfiguration und alles drum und dran, ein bisschen, äh, ein Detailgrad halt auszunutzen. Äh, das war auch schon ein bisschen Arbeit, dass man überhaupt da drauf gekommen ist, wie man da reinkommt. Und Bambo hat jetzt eingelenkt und hat gesagt, okay, wir machen das. Das Problem, was man dadurch halt hat, ist auf der einen Seite, also Bambo lässt es zwar zu und gibt einem nochmal die Version, die möglich ist, damit man das X1 Plus draufspielt. Dadurch hat man aber Probleme, immer, dass erstens die Garantieflöten geht bei einem Gerät, was jetzt 1.000, wenn man es ohne AMS kauft, oder 1.500, wenn man es mit AMS kauft. Und da muss man wirklich seitenweise immer schön, ja, alles durchlesen, hab ich gelesen, bis unten scrollen, Hackchen dran machen und nochmal weiter und alles drum und dran. Bei Creality ist es ähnlich, wenn man da die Drucker halt hacken möchte, beziehungsweise routen möchte. Das hört sich immer so einfach an. Äh, ist es ja auch technisch gesehen erst mal, also zumindest mal für mich als Software-Driglerin ist es einfach, weil ich halt in der Konsole auch relativ gut zurechtkomme. Aber du gehst im Prinzip hin und das Betriebssystem, was bei den Druckern drauf ist, also ein Clipper, das schaltest du quasi nochmal ein bisschen frei, dass du quasi Zugriff drauf hast. Und ich begrüße es, dass jetzt zum Beispiel Creality mit dem V3 zum Beispiel sagt, okay, wir haben auf dem Drucker Clipper drauf und das CrealityOS, was die Web-Oberfläche von Creality ist, aber parallel dazu nochmal ein Fluid auf Port 4408 oder so was in Richtung, ja. Also du gibst die IP-Adresse vom Drucker Doppelpunkt 4408 ein und bist auf der Fluid-Oberfläche. Was halt für mich als, ich sag mal, Pro-Zumer ein bisschen besser und ein bisschen einfacher zu nutzen, das heißt, das CrealityOS, weil es ein paar mehr Features bietet. Da erkennt man also schon so ein bisschen einen Trend dahin, dass man halt gerne versucht, ein bisschen mehr in den Open-Source-Bereich zu gehen und nicht alles genauso geschlossen zu machen, wie es jetzt zum Beispiel bei Bamboo-Dive hat. Das begrüße ich sehr, ja. Es ist halt die Frage, wenn man Hersteller ist, will man das vermutlich geschlossen halten, um dann sozusagen auch Fehler in der Anwendung identifizieren zu können. Es wäre, denke ich mal, langfristig, das Optimum, wenn man sagt, okay, wenn die Hersteller gerne die geschlossene Variante anbieten, dass die im Internet auf den ihren Wiki-Seiten sozusagen die unbegrenzte Firmware zur Verfügung stellen und es gibt ja heute technisch genug mit E-Fuse, genug Möglichkeiten sozusagen festzustellen, hat er sozusagen sich diese Firmware installiert, die alle Features bietet und dadurch kann natürlich auch Schäden entstehen und dann, wenn man sich diese Firmware installiert, erlischt halt die Garantien. Dann kann jeder für sich entscheiden, möchte ich lieber die Garantie nutzen, dann bin ich auf die Features beschränkt, die der Hersteller mir bietet, weil er sozusagen da auch die Sicherheit dafür bietet, dass da nichts passiert oder kein großes Risiko. Und die, die sozusagen das vollkommenes System nutzen wollen, müssen dann halt auf ihre Garantieansprüche verzichten. Das ist aber auch, finde ich, ein bisschen ein komplizierter Herangehensweg. Also das hatte ich auch mit Meteo im Podcast über Clipper gesprochen. Und das, was wir uns wünschen würden, wäre einfach, ich meine, bei Creality und auch bei Anycubic, wie wir mittlerweile wissen, ja, oder Flashwatch ist halt, ich meine, der Flashwatch Adventure 5M, jetzt mal alle Kritik beiseite, was er so softwareseitig hat, was man durch ein Update einfach beheben kann, ja. Oder viele Probleme, die man softwareseitig beheben kann. Es ist ein schöner Drucker, der hat eine gute Druckqualität. Der hat zwar auch vertikale Artefakten und so eine Richtung drin, aber er hat halt auch ein Clipper-System drin. Und das bietet so unheimlich viele Funktionen und Potenzial. Und man kann halt auch hingehen und kann sagen, okay, man hat einen Clipper, das ist das Hauptbetriebssystem auf dem Drucker, sowas wie bei Linux, der Kernel. Dann hat man einen Moonraker, was quasi die Kommunikation nach außen bietet. Und dann noch mal ein Mainsail oder ein Fluid, was halt entsprechend die Web-Oberfläche dann so bietet. Das Interface nach außen, das User-Interface, ja. Und man kann in Fluid und auch in Mainsail halt auch hingehen und kann diese Nutzung einschränken. Dass man einfach das Menü halt schon von den Menüpunkten her ein bisschen einschränkt. Dass man sagt, okay, du kannst jetzt nicht auf die Konfiguration vom Drucker zugreifen oder so in Richtung. Und wenn du das machen möchtest, musst du halt irgendwo einen Haken setzen, dass du weißt, was du machst. Und das wird dann halt auch irgendwo in einer Log-Datei gemerkt. Und dann, was weiß ich, an Creatity oder Flashforge gescheckt. Das wäre viel einfacher, dass das halt am Server vermerkt wird, dass halt die Seriennummer, jetzt nicht unbedingt mit dem Benutzer zusammen, wie ist das verknüpft? Weil das wird Punkt Datensicherheit. Aber dass die Seriennummer, die, was weiß ich, die MAC-Adresse von dem Drucker mit dem Vermerk, okay, ist jetzt halt entsprechend geroutet oder hat die Features freigeschaltet. Und selbst da sehe ich das nicht mehr so kritisch. Also Hersteller wie Sowohl, die ja jetzt auch den SV08 daraus gebracht haben, der kostet, glaube ich, auch irgendwas wie 500 Euro oder Dollar. Ist auch ein günstiger Drucker für das, was man da an Features bekommt und an das, was man an Leistung bekommt, sozusagen. 350 Millimeter cubed, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist quasi ein Voron 2.4. Ist ruckzuck aufgebaut. Ist quasi natürlich nicht hochwertig, wie jetzt zum Beispiel ein selbstgesourcter 2.4, der hier unten steht. Kann er auch gar nicht, weil die Bauteile, die hier drin stecken, auch schon von den Linearschienen, sind schon teurer als der ganze Drucker. Oder die Motoren und so was in Richtung. Aber allein die Möglichkeit, und das Schöne ist halt, dass Sowohl gesagt hat, okay, wir machen den kompletten Drucker Open Source, was auch eigentlich müssen, weil es halt ein Voron ist. Und auch das Betriebssystem ist halt ein ganz normales Clipper und es geht halt auch anders. Und das Teil ist trotzdem gut zu bedienen, würde ich sagen. Es gibt zwar noch so ein paar kleine Kinderkrankheiten, die das Ding hat, aber ich kenne einige, die sagen, okay, ich habe mir das Teil gekauft, einfach als Startgrundlage, um dann zu sagen, okay, wenn jetzt was aus der Voron-Community ein neues Feature rauskommt oder ein Upgrade oder irgendwas in Richtung, dann baue ich mir das einfach ein. Dann drucke ich mir das und baue mir das einfach ein. Und da würde ich mich freuen, das kommt auch immer mehr, finde ich, dass die Hersteller mehr in die Richtung gehen. Wenn wir wieder, vielleicht sonst verlassen wir das Themengebiet, was wir heute besprechen wollen, zurückführen. Die Leute, die sich den Podcast anhören, haben ja schon eine gute Fundstelle gefunden, wo man sich informieren kann, aber wo würdest du denn, oder was würdest du der Person an die Hand geben, die über das Thema 3D-Druck nachdenkt? Wo findet man denn heutzutage da Informationsquellen, außer jetzt bei unseren zwei Kanälen? Was kannst du da empfehlen, wo man noch weitere Informationen bekommt? Also das Erste, was ich als Anlaufstelle sehe, ist halt, muss man allerdings mit Vorsicht genießen, ist Reddit, wo ich sehr viel lese, wo aber auch viel Unfug manchmal drinsteht. Aber als erstes würde ich mir mal, bevor ich irgendwo ins Internet gehe und mal was gucke und mich schlau mache, würde ich erst mal mich hinsetzen und würde mal überlegen, okay, was will ich eigentlich drucken? Ja, also wenn ich jetzt, wie jetzt hier im Hintergrund, so ein Multiboard drucken will, was halt komplett aus PLA gedruckt ist, ja, ich will erst mal gucken, was für ein Material muss ich drucken? Will ich was draußen für einen Garten drucken, was halt UV-beständig sein muss? Dann fällt halt schon ein offener Drucker eigentlich quasi komplett weg, weil dann kann ich nur mit ASA arbeiten und ASA braucht ein geschlossenes Gehäuse. Aber wenn ich jetzt hingehe und sage zum Beispiel mal, okay, ich möchte gerne Sachen drucken, die für mich hier intern sind, Figuren oder so ein Multiboard oder Sachen für den Computer oder zur Organisation von der Schublade oder so in Richtung, dann drucke ich meistens zu 99 Prozent nur im PLA. Und dann reicht mir erst mal ein offener Baudrucker. Ja, also ein offener Drucker ohne Einhausung oder so in Richtung. Das heißt also, Drucker wie ein X1C, ein K1C, ein Voron oder so in Richtung brauche ich gar nicht erst gucken, die sind mir erstens viel zu teuer und sind komplett overpowered. Ja? Ja. Und dann kann man schon mal so Stück für Stück das Ganze eingrenzen. Dann muss man sich überlegen, okay, wie technisch versiert bin ich? Wie groß sind die Teile, die ich maximal drucken möchte? Ja, also wenn ich schon gleich weiß, ich möchte Helme drucken, dann bin ich halt beim Bambu Lab A1 Mini vielleicht ein bisschen fehl am Platz, dann wird es vielleicht eher ein P1S. Oder vielleicht sogar, wenn du so einen großen Kopf hast wie ich, vielleicht sogar dann eher, was weiß ich, ein Sowohl SV 08. Ja? Und dann musst du halt gucken, was passt in meine Preisrange rein. Und das sind dann auch so ein Drucker wie der E-Logu Lepton 4 Pro oder 4 Max oder aber auch der Anycubic Cobra, die neue Serie, jetzt habe ich schon viel Gutes gehört darüber, sind dann schon gute Anlaufpunkte, weil man einfach dann durch diese altbewährten Konzepte, also sprich Batchups, das ist nicht abwertend gemeint, sondern einfach, dass sich das Druckbett nach vorne und hinten bewegt. Die sind halt günstig zu produzieren, dadurch, dass man halt aus den letzten Jahren und Jahrzehnten quasi auf Linearschienen oder so verzichtet hat, sondern auf so, wie es ist, Rollen gesetzt hat, auf solche gummierten Rollen, ist das relativ günstig zu produzieren und dann kann man auch relativ große Drucker für wenig Geld bekommen. Gerade für Helme ist so ein Neptun 4 Max oder Neptun 3 Max vollkommen ausreichend, würde ich sagen, für den Anfang. Oder auch so ein Anycubic Pro oder wie sie alle heißen. Und dann kann man sich da gucken, was möchte man damit überhaupt anfangen, dass man erst mal sich hinsetzt und wirklich mal die Stichpunkte runterschreibt, was man alles machen möchte. Möchte man keine Helme drucken, sondern eher kleine Helferlein im Alltag, dann reicht vielleicht sogar auch ein Ender 2. oder wenn man es halt hochwertig haben möchte in Red Rig Minion oder sowas in Richtung halt. Wenn man weiß, okay, man braucht halt einen kleinen Bauraum und möchte gerne mobil sein. Darauf würde ich erst mal gucken, dass man das runterschreibt und dann guckt, welche Drucker gibt es in der Preisrange, die diese Features haben. So würde ich an die ganze Sache rangehen. Das sehe ich genauso. Also man sollte damit anfangen, was möchte man überhaupt damit machen. Erst mal nur für sich runterschreiben, weil das Problem ist, als Anfänger, oder ich muss jetzt überlegen, wie würde ich denn als Anfänger vorgehen. Ich würde mir aufschreiben, was ich damit machen will. Jetzt habe ich ja aber das Problem, dass ich nicht weiß, auf was muss ich denn jetzt achten, um genau das zu erhalten. Und mit diesem Fragekatalog kann man vermutlich in Formen Social Media gehen oder auch auf Discord-Server, je nachdem, was man halt findet und ist auch, denke ich mal, alterspezifisch, welche Plattformen man nutzt, weil so herkömmliche Medien wie jetzt eine Fachzeitschrift zum 3D-Druck gibt es einfach noch nicht. Und es würde auch aufgrund der Schnelllebigkeit und der heutzutage noch großen Nische sich vermutlich kein Verlag damit beschäftigen wollen. Das heißt, man ist auf die digitalen Medien schon angewiesen. Da muss ich ein bisschen widersprechen. Da gibt es die Make, da gibt es die Zeitschrift Make vom Heise Verlag. Die ist an sich ziemlich gut. Die haben immer ein sehr großes Potpourri, auch mit 3D-Druck immer mit drin, wo die relativ zeitlose Projekte haben, wo man sich auch ein bisschen, da sammle ich auch Inspiration her, für kleine Roboter oder für kleine Messstationen oder irgendwas in der Richtung. Und dann kommt man auf die Idee, ah, okay, ja stimmt, das könnte ich ja machen und damit könnte ich auch was im Prinzip mit meinem 3D-Drucker machen. Und das ist was, was ich gerne umsetzen möchte. Und dann kann man auch schon mal so ein bisschen Gefühl dafür bekommen. Okay, die haben das vielleicht mit PETG gedruckt. Was muss denn PETG alles können? Was muss denn der Drucker alles können? Also da gibt es schon Zeitschriften. Ja, das ist in einem schnelllebigen Bereich wie das Internet. Ich würde jetzt nicht sagen 3D-Druck, weil 3D-Druck ist noch nicht so schnelllebig, dass wir, weil ganz, mal ganz ehrlich, Hand auf Herz, die großen, wirklich bahnbrechenden Durchbrüche in Sachen 3D-Druck haben wir noch nicht erlebt. Es ist eher so ein Inkrement, so kleine Inkremente, die wir halt haben. Ah, da ist nochmal ein besserer Leveling-Sensor. Da ist nochmal ein bisschen, wie heißt das, schnellerer Drucker, wobei wir bei der Schnelligkeit jetzt auch langsam an die Grenzen kommen, was machbar ist, weil das Material einfach nicht mehr hergeben kann. Wir haben vielleicht nochmal ein bisschen, jetzt das Nächste wird wahrscheinlich sein, dass die Geräuschkulisse runtergeht. Das ist auch ein wichtiger Punkt. muss man auch nicht vernachlässigen. Ich muss sagen, also auch beim K1C, den ich drüben hab, das war so der erste von dieser neuen Generation von Druckern, ist mir schon aufgefallen. Das ist auch das, was ich vorher schon gesagt hab, warum ich die Drucker eigentlich gar nicht gerne so hier im Büro stehen hab. Die sind ultralaut. Ja, auch der Ender 3V3, den hab ich hier getestet. Das Ding ist ein Düsentriebwerk. Und das hat auch jetzt der Zuschauer, der das Ding von mir bekommen hat, der hat gesagt gehabt, hey, sag mal, kann man das Ding nicht irgendwie leiser machen? Ja, weil der einfach, da würde ich auch drauf achten, wenn man einen Drucker kauft, da ist vielleicht mal ein bisschen langsamer, mit ein paar leiseren Lüftern, weil die einfach dann da halt, oder wäre es das nicht so schnell laufen, vielleicht auch nicht allzu schlimm. Und dann kann man immer noch hingehen, kann sagen, okay, wenn das Ding halt offen ist, dass man halt andere Lüfter einbaut, was halt beim K1C oder beim X1C nicht so gut geht. Das ist halt das Problem der Physik, weil viele, ich bin ja bei dem Anycubic Viber damals eingestiegen und die ersten Modifikationen, die dafür rauskamen, die Lüfter zu ersetzen gegen leisere Lüfter. Das mag für die, die aus dem PC-Bereich vielleicht zutreffen, wo man sagt, ja, da ist eher, da ist ja die Fläche auch größer und die Bauteile, die gekühlt werden müssen, größer. Dass man da unter Umständen so einen 120-Millimeter-Lüfter dann auch gegen ein leises, Noctua-Modell austauschen kann. Funktioniert beim 3D-Druck vielleicht noch für den Controller-Lüfter oder für den Lüfter vom Netzteil, wenn man da überhaupt rangehen will, was ich für Anfänger auf jeden Fall abraten kann, im Netzteil Lüfter auszutauschen, weil die haben einen guten Grund, warum die so laut und leistungsstark sind, weil sie halt einfach die Komponenten runterkühlen müssen. Und das ist genauso bei den restlichen beiden Lüftern. Also einerseits, das Hotend muss ausreichend gekühlt werden und die Bauteilkühlung. Da empfehle ich eher, wenn man es leisten kann, kauft euch gefühlt den lautesten Lüfter, den ihr zur Verfügung gestellt bekommt, weil die sind meistens laut, weil sie halt auch leistungsstark sind. Auch da muss ich um sich da sagen, das stimmt auch nicht hundertprozentig, weil wenn man sich mal zum Beispiel mal einen Sowohl anguckt, einen Sowohl-SV-06 oder aber auch einen Prusa MK3 oder MK4, die Dinger liegen bei irgendwas um die 40, 50 Dezibel. Und so ein K1C, K1 oder X1C, die liegen halt irgendwas zwischen 70 und 80 Dezibel. Also von den Lüftern her, ich habe auch mein Ender 3 schon mal umgerüstet, auch am Hotend. Da habe ich halt wirklich sehr hochwertige Lüfter verbaut, die dann halt mit guten Kugellagern daherkommen und halt einen guten Durchfluss haben. Das geht schon. Kostet halt dann ein paar Euro, wenn man das machen möchte. Bei einem Netzteil würde ich eher auf so ein Netzteil setzen, wie das Prusa zum Beispiel macht, so ein Meanwell-Netzteil. Da habe ich auch einen Voron drin, das ist ein lüfterloses Netzteil. Das wird halt durch vier kleinere Lüfter gekühlt, die aber insgesamt halt dadurch, dass sie halt hochwertig sind, halt deutlich leiser sind und deutlich, wie heißt das, geräuscharmer sind als halt ein großes. Und da kannst du schon ordentlich die Lautstärke runterdrehen, dass du so irgendwas um die, naja, ich sag mal mal so, wenn du es lapidar machst, so 40 bis 50 Dezibel kommst. Wenn du es wirklich ordentlich machst und richtig reinbutterst, kommst du auch irgendwas um die 30 Dezibel. Und das, wir brauchen mehr Geschwindigkeit, wir brauchen mehr Durchfluss und müssen da halt mehr an, wie heißt das, lauteren Lüfter verwenden, weil das halt mehr Durchfluss bietet, ist nicht immer ganz. Das sind meistens, also gerade die von Noctua, die Lüfter, ich hab's geschafft, meinen Ender 3 Pro, der drüben steht, den hörst du so gut wie gar nicht, auch wenn der in Volllast läuft. Das Einzige, was da noch reinknallt, das wird aber auch demnächst getauscht, ist halt das Netzteil, weil da halt noch der große, starke Lüfter drin ist und da kommt halt auch so ein Original-Meanwell-Netzteil rein, was auch Prusher verbaut quasi und dann ist da auch Ruhe. Dann hast du da wirklich eine Geräuschkulisse von 20, 30 dB. Ja, also man muss es vielleicht, die Folge dreht sich ja um Anfänger, vielleicht nochmal versuchen abzugrenzen. Also natürlich kann man den Drucker leiser machen. Man kann den einerseits, man werden Lüfter großartig lauter, wenn sie entweder günstiger produziert worden sind oder eine viel höhere Umdrehung benötigen als vielleicht andere, die eine bessere Technik haben oder wo die Rotorblätter anders aufgebaut sind. Richtig. Wo man einen Lüfter oder einen Drucker, warum einige Drucker lauter sind und einige leiser, einerseits wie gesagt entweder weil es billige Lüfter sind oder weil einfach die Lüftergröße sich unterscheidet. Wenn man einen Standard-Druckkopf hat, wo leicht Lüfter verbaut sind, so eine Radiallüfter, das heißt die pusten sozusagen durch die Düse durch und nicht von vorn nach hinten, die nur 4 cm groß sind, weil man links und rechts 2 reinpackt, dann werden die natürlich viel höhere Umdrehungszahlen liefern müssen, um aufgrund der kleinen Fläche und der kleinen Rotoren natürlich Luftmenge und statischen Druck zu entwickeln. Im Vergleich andere Hersteller einfach einen etwas größeren Lüfter verbauen, der nicht bei 8500 Umdrehungen oder 5000 Umdrehungen seine Dienste tut. Auf was ich nur hinweisen wollte und vielleicht wurde das auch falsch verstanden und dann falsch aufgenommen ist, dass einige Personen der Meinung sind, ich will meinen Lüfter leiser machen und googeln dann im Internet nach Lüftern, die nur 40 dB haben. Bei der gleichen Bauraumgröße und der 3D-Druckmarkt nutzt Lüfter, die jetzt auf dem Drittanbietermarkt noch nicht großartig vertreten sind, weil die Lüfter meistens 5 Volt oder 24 Volt nutzen und der ganze PC-Bereich, Server-Bereich, wo es dann zehntausende Lüfter gibt, sind alle für 12 Volt. Das heißt, der entwickelte Markt fällt meistens weg und die Lüfter, die für diese Baugröße leiser sind, weil es meistens alles asiatische Hersteller sind, schaffen das nur aufgrund der niedrigeren Umdrehungszahl. Man sollte vielleicht, das hatte ich mir angewöhnt, als Vergleich zu nehmen, wie viel Ampere er denn benötigt. Anhand der Amperezahl kann man auch gut, wenn die Umdrehungszahl nicht angegeben ist, schließen, wie viel Energie der verwendet. Und er benötigt viel Energie, wenn er sich halt schneller dreht. Und wenn ihr sozusagen 20 dB weniger Lüfter-Geräuschentwicklung angegeben ist, der benötigt aber dafür auch nur ein Drittel der Amperezahl, dann könnt ihr großteils davon ausgehen, dass die Kühlleistung dann auch mit beeinträchtigt ist. Absolut. Da kann man den deutschen Hersteller, ich nutze für 3D-Drucker gerne den Hersteller EBM Pops, das ist ein deutscher Hersteller, der vermutlich aber auch in anderen Ländern produzieren lässt, aber auch in deutschen Lagern produzieren lässt oder Fabriken. Und die haben es geschafft, aufgrund der Stellung der Lüfterblätter und der Physik von diesen Lüftern auf kleinsten Raum trotzdem enorme Leistungen und leise Geräuschentwicklungen zu realisieren. Dafür bezahlt man aber statt 4 Euro für einen Lüfter auch mal 40 Euro auf dem Drittmarkt, wenn man sozusagen nicht gewerblich direkt bei dem Hersteller kaufen kann. Richtig, das ist das, was ich auch, das ist halt das, was man dann, die Krux, die man da quasi dabei hat, man ist relativ schnell im hochpreisigen Bereich oder im professionellen Bereich. Also wenn ich jetzt mal gucke, beim Voron verbaue ich jetzt das Octopus Pro Board, da bist du halt, dann hast du halt Pro und Lüfteranschluss die Wahl zwischen 5, 12, 24 Volt, wo du alles möglich anschließen kannst. Das ist schon wirklich, wirklich im Pro-Bereich, ja, oder im Pro-Sumer-Bereich, um es mal so zu sagen, weil das ist dann schon sehr, sehr individuell, was du da machen kannst halt damit. Was man aber da mit dem günstigen 3D-Drucker, mit dem Thema verbinden kann, ist einfach, dass man sich die Möglichkeiten offen lässt, halt später am Drucker halt solche Modifikationen durchzuführen, wenn man vom Wissensstand her weiter ist. Ja, also wenn ich überlege, mein erster 3D-Drucker steht genau hier unten, den, da bin ich gerade die Teile dafür am Drucken, ja, da werde ich auch nochmal ein Video zu machen, wenn die Dinger fertig sind, da wird es auch eine geile Farbkombination geben. Und die Teile, wie heißt das, und das werde ich halt dann auch komplett diesen Drucker komplett aufbauen, weil er einfach die Möglichkeit bietet. Also was mir dem Drucker übrig ist, sozusagen ist der Rahmen. Ja, der hat mich damals, glaube ich, 200 Euro gekostet, wenn überhaupt, oder 150 Euro gekostet, war ein kompletter Selbstbau, war im Prinzip alles sehr günstig, ja, und bietet mir aber auch die Möglichkeit halt offen daran rumzuarbeiten, weil dadurch, dass es günstig war, das ist auch der Grund, warum ich so versessen darauf bin, dass man halt ein Betriebssystem wie Clipper oder Marlin vielleicht sogar nutzt, ja. Ich möchte jetzt nicht unbedingt keinen Marlin-Fan jetzt mittlerweile mehr, weil es einfach outdated ist, aber der Vorteil an solchen Systemen ist, es ist ein Open-Source-System, eine andere Community hat dafür eine Entwicklung gemacht, man kann es nutzen, wenn man es deklariert, richtig, und man braucht die Entwicklungsarbeit nicht selbst machen, das spart Geld, ja, das ist auch der Grund, warum zum Beispiel mein Ender 3V3KE so günstig ist, würde ich mal behaupten, weil die halt kein eigenes Betriebssystem entwickeln mussten wie jetzt Bamboo, ja, da steckt unheimlich viel Arbeit drin, und das kostet halt auch Geld, ähm, und da kann man das schon mal sparen, und man hat gleichzeitig sozusagen noch ein, ich würde mal schon fast sagen, Industriestandard, auf Basis dessen man später sogar zum Großteil kostenlos durch Module das Ganze erweitern kann, also was weiß ich, ein Telegram-Modul oder ein Schoolman oder so aus in Richtung, ähm, das bietet halt Möglichkeiten in der Hinsicht, die man da hat, und das kann man auch sich überlegen, dass man sagt, okay, wenn man später weiter fortgeschritten ist, bietet es einem Möglichkeiten, und wenn man dann sagt, okay, der Drucker ist jetzt im Prinzip, der hat seinen Zweck erfüllt, ich möchte jetzt irgendwas haben, was einfach nur druckt, wo ich halt wirklich, wenn ich kreativ bin, was einfach draufschmeiße, und da habe ich ein Projekt, wo ich sage, okay, da kann ich volle Kanne mich dran auslassen, halt entsprechend, ja, ähm, das, das muss man sich halt alles im Voraus überlegen und muss gucken, was passt in seinem Preis-BG rein. Ja. Da komme ich zu meinem letzten Punkt, da würde ich einfach mal deine Meinung dazu hören wollen. Ja. Ähm, man hat jetzt für sich seine Liste geschrieben, was man haben möchte, und ist dann durch Forenbeiträge oder vielleicht durch Discord oder durch YouTube, äh, Videos zu zwei, drei Druckern gekommen, die man sich sozusagen kaufen möchte. Mhm. Ich empfehle Leute, die mich fragen, immer auch mal einfach auf den Kleinanzeigenmarkt zu schauen. Mhm. Es gibt viele, die sich ihren ersten Drucker gerne schnell entledigen, weil sie dann da einfach doch umsteigen, wo man sagt, okay, ähm, da kann man vielleicht noch ein paar Euro sparen. Ich sage dann immer, naja, ist zwar gebraucht, aber ihr habt folgende Vorteile oder auf was solltet ihr achten? Ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, dass der noch original ist. Wenn in der Anzeige irgendwas von Modifikationen steht, lasst es weg, weil euch kann dann im Zweifel niemand helfen, weil niemand weiß oder der Hersteller oder der, Entschuldigung, nicht der Hersteller, der, von dem ihr es gekauft habt, sagt euch nicht alles und dann rennt ihr den Problem hinterher. Das heißt, es soll möglichst ein originaler Drucker sein. Und das Zweite ist, dass ihr im Umkreis, ihr solltet das nicht per Versand verschicken, weil die Drucker für den, im aufgebauten Zustand für den DHL-Versand meistens nicht geeignet sind. Da verbiegt ihr euch nur irgendwas. Ihr solltet da lieber oder man sollte da lieber im Umkreis was suchen und wenn man dort jemanden gefunden hat, dann kann die Person euch auch Hinweise geben. Das hat man unter Umständen sonst nicht. Wenn man sich im Online-Shop einen kauft, steht man dann vor dem Drucker und weiß nicht, was man machen soll. Hier hat man die Möglichkeit, wenn man bei Kleinanzeigen jemanden was von jemandem was kauft, zu fragen, wie geht das? Vielleicht kann er euch sogar die Slicer-Profile für den Drucker mitgeben oder ihr könnt euch mit dem einfach ein bisschen fachsimpeln und er erzeugt euch dann alles das. Das heißt, ihr habt so eine kostenfreie Kaufberatung mit dabei, weil die meisten, die sich im 3D-Druck-Thema bewegen, ja auch in irgendeiner Community, denke ich mal, mit angeschlossen sind und da ist sozusagen die gegenseitige Hilfsbereitschaft doch hoch ausgeprägt. Wie siehst du das Thema Gebrauch-Druck-Kauf? Drucker-Kauf. Also das, du hast da vollkommen recht, wenn du sagst, okay, man sollte gucken, dass der Drucker nicht, dass es verändert worden ist, was ich auch noch als wichtig erachten würde, also das ist mir persönlich wichtig, wäre einfach, dass man guckt, dass man irgendwie eine Kopie von der Originalrechnung bekommt. Ja, dass man halt weiß, wann ist das Gerät gekauft worden und ist da noch Garantie drauf oder nicht mehr. Ja, weil wenn das Ding halt vielleicht, wie es ist, von Privat verkauft worden ist und aber ein Schaden dran ist und man dann halt entsprechend vielleicht noch Garantie drauf hat, könnte man eventuell nochmal zum Händler gehen oder zum Hersteller gehen und könnte sagen, ey, mach mal. Ja, das wäre gerade am Anfang vielleicht, wenn das Ding jetzt nur so ein, zwei Monate alt ist und dir gesagt hat, okay, ich hab mir das jetzt anders überlegt, ich hab mir jetzt, keine Ahnung, ein K1 oder ein X1 oder was weiß ich gekauft, weil ich doch mehr brauche, hab's überschätzt und dann geb ich das Ding weg und dann ist noch Garantie drauf und nach, was weiß ich, um Gottes Willen, hoffentlich nicht, aber vielleicht geht das Netzteil kaputt oder keine Ahnung, irgendwas in Richtung oder wie bei den K1-Druckern bei der ersten Generation, dass der Extruder halt einfach nicht leistet oder sowas in Richtung, ja, dass man dann die Möglichkeit hat zu sagen, okay, ich geh zum Hersteller und die verlangen dann meistens auch eine Rechnung, damit sie halt sehen können, dass das Gerät auch original gekauft worden ist und ohne die machen die halt meistens nichts vom Support her, ja. Ja. und Also Originalrechnung ist auf jeden Fall wichtig. Ja, ja, also ohne die kommst du halt, wenn du wirklich einen Garantiefall hast, die ersten zwei Jahre halt nicht wirklich weit. Ja, weil das ist das Erste, wonach der Hersteller meistens fragt, also der Support ist sowieso immer so ein bisschen so ein Ding im 3D-Druckbereich, hab ich das Gefühl, also da leistet irgendwie keiner wirklich gute Dienste, außer vielleicht jetzt einer, dessen Name ich jetzt nicht nennen möchte unbedingt, aber wie heißt das, ansonsten sind die alle weit abgeschlagen nach hinten und das Erste auch bei dem Creality K1, also ich den ganz regulär gekauft hab beim Händler hier um die Ecke, das Erste, als da halt der Extruder halt dann, wie es das in Geist aufgegeben hat, das Erste, was Creality wissen wollte, war die Rechnung und ohne die kriegst du keinen Support, weil die sagen, okay, wenn du das Gerät nicht offiziell gekauft hast, Pech gehabt, dann musst du die Ersatzteile halt vielleicht selbst kaufen, während du die vielleicht mit der Rechnung vom Hersteller bekommst. Da sollte man darauf achten, man kauft den 3D-Drucker, wenn man natürlich gebraucht kauft, meistens über den Hersteller direkt. Es gibt ganz wenige deutsche Händler, die sozusagen die Drucker sozusagen als Drittanbieter verkaufen, wo man dann die Gewährleistung über die Person abrechnen kann, sondern wenn man sich das über die offiziellen Seiten von den 3D-Druck-Herstellern kauft, ist man auch deren Support angewiesen. Einerseits ist es dort auf jeden Fall sinnvoll, mit Englisch zu argumentieren, weil auf eine deutsche E-Mail zu schreiben, nach dem Motto, ich bin Deutscher, ich habe den Drucker sozusagen auf einer deutschen Webseite gekauft, da wird man nicht weit vorankommen. Das bedeutet, wenn ihr Englisch nicht fit seid oder euch scheut, sozusagen den internationalen Support anzurufen, solltet ihr vielleicht doch lieber überlegen, mehr Geld auszugeben und vielleicht von deutschen Online-Shops die Drucker sozusagen von einem Drittunternehmen zu kaufen, weil dann ist das euer Vertragspartner und ihr könnt über den alles abwickeln und die sind dann unter Umständen auch schneller unterwegs als asiatische Hersteller, obwohl bei mir, aber ich habe schon lange keinen Garantiefall mehr abgewickelt, in der Anfangszeit vor zwei Jahren haben sie meistens innerhalb von zwei Tagen geantwortet, es hat zwar vielleicht vier, fünf E-Mails gedauert, bis die verstanden haben, was man wollte, aber dann war der Support doch meistens da, aber ich habe jetzt keine aktuellen Kenntnisse, ob sich das jetzt in den letzten Monaten verschlimmert hat, dass die versuchen, erstmal die Hinhalte-Taktik anzuwenden. Also ich jetzt zum Glück auch nicht, das Einzige, was ich hatte, war bei Creality mit dem K1, aber da hatten sie sowieso so ein Pauschal, okay, du schreibst uns wegen dem Teil, du kriegst das Teil einfach, weil das so eine Art Rückrufaktion war. Aber grundsätzlich, ja, hatten wir auch im letzten Podcast, denke ich mal, gesagt, dass wir im 3D-Druckbereich es sinnvoller ist, halt wirklich englisch unterwegs zu sein, weil auch den ganzen Foren wirst du kein heißes Ende finden, sondern eher Hotend als Stichwort finden und auch keine Düse, sondern eher eine Nosse. Das zieht sich halt durch den ganzen Bereich durch halt entsprechend, das man eigentlich braucht. Ich meine, wenn man eine E-Mail schreiben muss, ist man mit Deeple oder anderen Übersetzungstools von verschiedenen Anbietern halt noch relativ gut unterwegs. Telefonieren habe ich jetzt, glaube ich, noch nie müssen mit einem chinesischen Support von unserem 3D-Druckhersteller, zum Glück noch nicht. Aber die machen das ja genauso. Die gehen ja auch hin, die E-Mails, die du von denen kriegst, dann ja auch einfach in Chinesisch geschrieben und dann in Übersetzer rein und fertig. Ja, das merkst du halt einfach. Und nochmal auf das eine Thema vielleicht kurz zurückzukommen, was ich am Anfang gesagt habe, weil das war auch in den letzten Wochen während des Umzugs quasi so ein bisschen Thema gewesen, ob es denn alte Drucker gibt, die einfach outdated sind und nicht mehr zeitgemäß sind. Und ich möchte mal eine kurze Antwort drauf geben. Nein. Fällt mir jetzt nichts ein. Also, selbst wenn du einen Ender 3 da stehen hast, ja, einen Ender 3 oder einen Ender 3 Pro und das Ding läuft und das Ding eine coole Druckqualität abliefert, ja, was es durchaus kann. Oder, was weiß ich, einen alten Anycubic oder einen, was weiß ich, wie die alle heißen. Eine Artillery gab es ja auch mal. Das spielt keine Rolle. Solange der Drucker deine Bedürfnisse erfüllt und du damit deine Projekte umsetzen kannst und du damit zufrieden bist, auch von der Qualität her, ist das vollkommen okay. Ja. Und man hat den Vorteil, je länger der Drucker auf dem Markt ist, desto mehr wurde darüber sich schon ausgetauscht. Das bedeutet, ein Ender 3 wird es im Internet vermutlich schon jedes Problem einmal gegeben haben und auch eine Lösung dafür gefunden zu sein. Richtig. Wenn ich jetzt so einen Nischendrucker von einem Hersteller, der vielleicht den erst letzte Woche rausgebracht hat, da wird es einige Wochen, Monate dauern, bis es genug Leute gibt, die auf dem Expertenlevel sich da einen Kopf gemacht haben und eine Lösung vielleicht herausgefunden haben. Richtig. Wenn es jetzt wirklich ein nicht ein vergleichbares Modell gibt, weil das sozusagen einfach ein neuer Hersteller ist, der auch vielleicht mal einen anderen Weg bestreitet. Absolut. Also, ich meine, da hat sich, muss ich auch offiziell mal sagen, da hat sich Elego so ein bisschen einen Schuh angezogen und sich nichts Gutes getan, dass sie quasi halbfertige Drucker aus der Kickstarter-Kampagne oder vielleicht sogar nicht aus der Kickstarter-Kampagne einen Creator rausgeschickt haben in der ganzen Welt, die halt einfach nicht fertig waren. Und das hast du gemerkt, da sind selbst erfahrene Leute wie Uncle Jesse und 3D-Printing-Nerd und auch der M-Pox sind dann so ein bisschen an ihre Grenzen gestoßen, weil die Dinger nicht das gemacht haben, was sie sollten, weil die Software nicht gestimmt hat oder was weiß ich auch immer. Und das Ding halt noch viele Fehler hatte, wo ich hoffe, dass mein Orange Stormfingers cross, wenn es denn so weit ist, die ganzen Kinderkrankheiten ausgeräumt hat. Aber ja, wenn ihr einen alten Drucker habt, der funktioniert, dann funktioniert der. Und wenn der von der Druckqualität und allem drum und dran her so optimal ist, dass es halt, wie es für euch passt, ist das auch gut. Und meistens kriegst du für die alten Drucker halt auch noch mehr Ersatzteile oder du hast da schon so oft dran gebastelt, dass du das Ding auswendig kennst. Vielleicht hast du da jetzt einen induktiven Levelsensor eingebaut, was damals absolut nicht ungebe war, sondern was halt wirklich ein Novum war schon damals. Also ich weiß, mein erster Drucker, der hat nicht mal einen Ausschalter gehabt. Ja, da habe ich dann irgendwann mal mit der Zeit so eine Kalkgerätebuchse eingebaut mit einem Ausschalter. Das war für mich echt Komfort. Ja, das war damals so. Das ist, vorher war das so, Stecker reinstecken, weil das fest, das Kabel fest mit dem Netzteil verdrahtet war und wenn der Drucker fertig war, hast du das Netzteil, also hast du den Stecker rausgezogen aus der Steckdose. Und es war noch wilder vorher, ja. Also der war ja schon aufgeräumt vom Kabelbaum und alles drum und dran. Aber wenn das Ding für euch läuft, selbst wenn ihr einen alten Pluscher-Mäntel da stehen habt, mit Gewindestangen und allem drum und dran und das Ding für euch druckt und eure Sachen abarbeitet, die ihr braucht, gibt es keinen Drucker, der aus, wie heißt es, aus der Mode ist. Denn das Wichtige ist erstmal, dass es für euch läuft. Ja. Letzte Frage dazu einfach. Rein aus dem Bauch, das kann jetzt auch höchst subjektiv sein und du musst es auch nicht rechtfertigen oder begründen. Wenn du gefragt wirst, Einsteiger, ich will kein ABS drucken, ich will PLA drucken, ich brauche keinen großen Drucker, habe aber nur 300 Euro zur Verfügung. Was würdest du einfach jetzt aus dem Bauch raus der Person erstmal antworten? Ender 2. Was würdest du empfehlen? Ja, also, Moment, ein Ender 3 V3 SE. Der ist günstig. Ja, der Grund, der Grund, der kommt gleich. Der Grund ist einfach, du hast, klar, du brauchst den großen Bauraum noch nicht, vielleicht irgendwann mal fällt dir irgendwas ein, woran du nicht gedacht hast, aber das Ding ist halt so günstig, ich glaube unter 200 Euro, ja, oder knapp über 200 Euro und den Rest, den du in deinem Budget hast, kannst du an Material kaufen. Ja, und du hast halt Variabilität, während du, wenn du jetzt ein A1 Mini oder ein Prusa Mini dahin stellst, dir dann das Budget komplett ausschöpfen erstmal, du kein Material mehr dazu hast, sondern musst erst nochmal, wenn du was gedruckt hast, halt nochmal ein bisschen sparen, bis du Material dazu bestellst. Ja? Würde es sich deine Meinung, bis zweite Klasse, man will ein bisschen mehr Geld ausgeben, bis 600 Euro, wird sich da was an deiner Meinung ändern oder würdest du sagen, nee, einfach das Geld nutzen für Material? Ja, ja, Geld nutzen für Material. Also ich, das ist auch das, was ich merke, die Drucker sind mittlerweile alle so gut geworden, also auch mit dem Ender 3V3KE, den ich da stehen hatte, die Druckqualität sah vollkommen in Ordnung aus, ja. Klar, das ist ein Bettschubser, der hat seine Nachteile, aber so für das, was man im Alltag braucht, reicht das vollkommen aus, ist vollkommen okay, ja, weil hundertprozentig perfekt ist keiner, ja, absolut keiner, schließe ich auch keinen Prusa und kein Bamboo und kein gar nichts mit ein und die, die, die Druckqualität und das, was du halt dann entsprechend an Mehrwert bekommst dadurch, dass du halt erstmal mit dem Material rumexperimentieren tust, weil du hast am Anfang, musst du überlegen, wenn du anfängst zu drucken, du hast noch nicht die Erfahrung, wo setze ich jetzt Support an oder wie nutze ich jetzt den Slicer, dann slicest du was, schmeißt es auf den Drucker und du hast einen Fehldruck und wenn du dann halt das bisschen Material, weil du halt einen teureren Drucker gekauft hast, wo wenig Testmaterial vielleicht dabei war, ja, ähm, ich meine beim Prusa hast du eine Kilo-Rolle dabei bekommen, beim Bamboo war es eine Kilo-Rolle PLA und nochmal eine halbe Kilo, da hast du nochmal so 250 Gramm PLACF oder was es war und nochmal 250 Gramm Support-Material für die AMS, aber nur weil die AMS mit dabei war, ähm, beim Ender 3 V3KE hast du so 50 Gramm Beispiele dabei gehabt oder so eine kleine, wie heißt das, so eine kleine 500 Gramm Spule, damit gewinnst du keinen Krieg und wenn du dann komplett dein Budget ausgeschöpft hast, ja, dann stehst du da oder was weiß ich, wenn dir die Düse verstopft, kauf dir eine Ersatzdüse noch für das restliche Budget, dass wenn die Düse verstopft, du das alte Hotend raus, das neue rein und dann das alte in Ruhe fertig machen kannst, wenn der Drucker weiterdruckt. Ja. Weil da bringt's nichts, wenn du gleich in die Vollen gehst und komplett das ganze Budget ausschöpft und dann auf einmal der Drucker irgendwo ein Problem hat und du dafür Geld brauchst, um das zu lösen, egal ob das jetzt Filament ist aus, ich kann nicht weiterdrucken, weil das Projekt gerade auf der Druckplatte steht und das Material ausgegangen ist oder Düse ist verstopft und ich muss erst den ganzen Druck abbrechen und erst mal reparieren, das nervt, das macht einem dann keinen Spaß am Anfang. Deswegen erst lieber vielleicht mal günstiger einsteigen und nicht das Budget voll ausschöpfen und dann nochmal ein bisschen Ersatzteile und Material mit dazukaufen. Ja. Bin ich der gleichen Meinung. Besonders, ich würde das vielleicht sogar noch als Hinweis geben, wenn man dann schneller drucken will oder sozusagen mehr schaffen will, weil man sagt, okay, ich will jetzt Sachen in größerer Stückzahl für mich drucken, weil ich das gerne verschenken möchte. Sollte man vielleicht auch darüber nachdenken, sich nicht einen schnelleren Drucker zu kaufen oder zu modifizieren, sondern einfach sich nochmal den Drucker, den man hat, nochmal zu kaufen. Weil ich stelle das bei mir fest, aufgrund unseres Kanals haben wir ja verschiedene Drucker stehen oder bei mir mittlerweile im Zimmer und jeder hat seine Feinheiten. Und wenn ihr dann fünf verschiedene, gefühlt jetzt mal übertrieben, drei, vier, fünf verschiedene Drucker habt, wird es ganz schwierig, diese noch alle zu beherrschen, weil jeder so seine Eigenheiten hat, besonders wenn der eine vielleicht noch ein Bettschubser ist, das andere ist ein Core-XZ und das andere ein Core-XY-Drucker. Demzufolge lieber wirklich das Geld und hast du ja auch gerade gesagt, den Ender 3 V3 in irgendeiner Form ist ein guter Einstieg. Die Ender-Serien sind in der Community einfach stark vertreten, sodass ihr Hilfe findet. Und wenn ihr sagt, ich bin mit dem Fit drin und ich möchte jetzt mehr, schneller, weiter überlegen, bevor man den verkauft und dann wieder den Lernprozess von neuem startet, vielleicht kaufen wir sich einfach einen zweiten, weil so könnt ihr dann einfach zwei Druckobjekte parallel drucken und meistens ist es sogar im Ergebnis schneller, als wenn ihr einen Drucker habt, der dann die beiden Objekte druckt oder auf der Druckplatte dann sozusagen beide oder zehn oder 15 Objekte dann druckt. Absolut. Also zum Beispiel mal so ein Helm. Ich druck die Helme. Ja, es ist jetzt okay, wenn jetzt die größeren Drucker kommen jetzt im Laufe des Jahres. Klar werde ich auch meinen Helm in einem Stück drucken. Aber jetzt hier der Master Chief Helm, der hier im Hintergrund steht, ist halt in vier Teile gesplittet. Die passen alle auf den Ender 3 V3 KI. Ja, weil auch auf den K1, weil die von der Größe her, vom Bauraum her gleich sind. Und wenn ich dann zwei da stehen habe, dann schmeiße ich die drauf, dann drucke ich es doppelt so schnell. Klar, logisch. Ja, dann habe ich halt anstatt zwei Tage, die ich brauche, um durchzudrucken, oder drei, habe ich halt vielleicht anderthalb oder einen Tag. Oder, was man auch vielleicht bedenken kann, wenn man zweimal den gleichen Drucker hat und gerne einen schnelleren generell hätte oder gerne einen leiseren oder so in Richtung, kann man den einen laufen lassen, den anderen modden. Das ist, also, vielleicht als Ergebnis wäre, wer sozusagen gerne druckt, sollte sich einen Drucker erstmal sozusagen solide auf Basis legen, mit dem man jederzeit drucken kann, wenn man was drucken möchte. Und wenn man dann sagt, jetzt möchte ich mal daran rumbauen und rumfrickeln, sollte man wirklich überlegen, wenn man das Budget hat, sich lieber noch einen zweiten zu schnappen, weil wie oft passiert das den Personen, die modden rum und dann haben sie den Drucker halt gefühlt einfach kaputt gemottet und dann druckt er nicht mehr und man hat keinen Spaß dran, dann verliert man das Hobby, weil man einfach zwei, drei Monate überhaupt keinen einzigen Druck mehr bekommt. Und so hat man halt einfach einen Drucker, mit dem man immerhin Objekte generiert und das Hobby weiterhin spannend und schön bleibt. Richtig. Also ich habe damals auch die gleiche Erfahrung gemacht. Den Hictop E3 gehabt, der ist kaputt gegangen. Was habe ich gemacht? Ich habe mir einen zweiten Drucker gekauft, natürlich keinen Hictop, sondern einen Rankforce RF100. Der hat dann irgendwann auch den Geist aufgegeben, weil er halt noch in der Garantie kaputt war, habe ich zurückgebracht, habe dann nach zwei Wochen einen neuen bekommen und in der Zwischenzeit habe ich mir einen Ultimaker gekauft und am Schluss habe ich drei verschiedene Drucker da stehen gehabt. Das war ein haltloses Chaos, ja? Weil einfach jeder Drucker anders funktioniert, wie du schon sagst, und jeder Drucker hat andere, ich sage mal so, Kinderkrankheiten, Feinheiten, auf die man achten muss und das macht dann einfach keinen Spaß mehr mit der Zeit, genau. Ja. Das ist auch der Grund, warum der, ich weiß den Namen nicht mehr, von Printiverse, von 3D Printiverse, er hat ja auch gesagt gehabt, der R1 Mini ist ein schöner Drucker, aber ich gebe mir jetzt ab, ich nehme dafür lieber einen Bruiser Mini, ganz einfach, weil ich sonst nur Bruiser Drucker habe und das einfach besser in meinen Workflow passt. Das ist auch der Grund, warum ich hier alle Drucker quasi klippere, weil ich sage, ich habe eigentlich alles mit Klipper, bis auf die Bruiser Drucker, und die kriege ich auch noch irgendwann geklippert, dass ich wirklich zumindest mal vom Betriebssystem her und vom Workflow her alles in einem habe, dass ich da halt keinen Unterschied mehr merke, dass ich halt weiß, okay, da funktioniert alles so, wie ich das gewohnt bin und da weiß ich, wie ich da dran, wo ich ein Rädchen drehen muss und fertig ist halt entsprechend. Ja, deswegen tue ich mich auch mit dem X1-C so ein bisschen schwer, weil der halt nicht in diesen Workflow reinpasst einfach, weil der halt einfach so geschlossen ist und halt so viele Features halt nicht hat, die ich bei den anderen Druckern halt habe softwareseitig halt gesehen jetzt. Ja. Und das ist keine Kritik an dem Drucker selbst, die Druckqualität ist gut, aber es passt einfach nicht in meinen Workflow rein. Ja. Und daher auch, wenn jemand schon einen Bamboo, egal welchen Drucker hat, stellt euch lieber noch einen Bamboo hin, statt dann irgendwie einen K1 zu kaufen, wo es besser ins Budget passt. Ja. Wenn ihr sagt, okay, ihr habt nur 600 Euro Budget und ihr habt halt dann, was weiß ich, ein P1S steht mit einer AMS-Kombo, das Geld reicht aber nicht aus für noch ein P1S, weil das Ding halt doch mal 1.000, 1.200 kostet mit der AMS-Kombo, dann holt euch ein A1-Media. Dann habt ihr die gleiche Infrastruktur, den gleichen Workflow. Ja. Und das ist halt auch der Grund, warum ich halt nur den einen X1C da stehen habe, quasi zum Testen, um für mich das rauszufinden. Und, äh, ja, genau. Ja, ich denke, wir haben jetzt viele Begriffe genutzt, die wir einfach in dem Kontext schon als, als Experten oder ich nenne es einfach uns mal Profis oder Experten setzen, die vielleicht jetzt jeden Zuschauer noch nicht so gängig waren. kann ich euch einfach empfehlen, wenn es euch nicht sagt, was ist denn Bambu, was ist denn Clipper, schaut einfach mal, ich nutze gerne YouTube. YouTube ist so eine Plattform, die auch, ähm, hochqualitativen Content bietet, auch zum 3D-Druck. Gebt dort einfach mal dieses Schlagwort ein und, ähm, dann gibt es auf jeden Fall in der irgendeinen eigenen, am besten erstmal bei Mekorama, bei uns auf unserem Kanal das Schlagwort eingeben. Wir haben bestimmt da ein Video schon dazu gemacht und wenn wir dazu noch kein Video gemacht haben, einfach mal bei der allgemeinen YouTube-Suche eingeben und da findet man auf jeden Fall Informationen dazu, um erstmal mit den eigenen, sozusagen Fachbegriffen da richtig, sich zurechtzufinden, weil uns fällt es einfach schwer, das so zu formulieren, dass es auch ohne Fachbegriffe interessant ist, damit man auch die, die schon etwas länger beim 3D-Druck sind, mit, ähm, abholen kann. Das heißt, unbekannte Fachbegriffe einfach mal nachschlagen. Oder bei uns in den Kommentaren unter dieser Podcast-Folge einfach schreiben, welche Begriffe kanntet ihr vorher noch nicht, ähm, dann können wir uns das einfach mal mit zu Herzen nehmen. Entweder schreiben wir dann die Erläuterung direkt mit in den Kommentaren mit rein oder wir greifen die vielleicht in der nächsten Folge nochmal auf. Richtig. Ja, das ist auch sowas, was ich gerne irgendwie mache, wenn jemand kommt und sagt, kannst du dazu ein Video machen? Wenn das gerade irgendwie jetzt möglich ist für mich, dann mache ich das auch gerne. Aber das dauert dann zwar immer ein bisschen eine Zeit lang, weil ich nie weiß, wie ich das eingeplant bekomme. Aber zum Beispiel zum X1C, zu dem Bamboo, wird auch ein Video kommen. Und das geht dann nicht um die Firma, sondern es geht dann halt entsprechend um, allein nur um den Drucker halt entsprechend, damit man weiß, worauf man sich einlässt. Genau. Ja. Gut. Vielen, vielen lieben Dank, Steven. Ich glaube, wir haben ziemlich viel umrissen, was das Thema angeht. Ja. Man merkt, das Thema ist tief ohne Ende. Und das ist jetzt nur der Privatkundenbereich, würde ich jetzt mal sagen, weil Businesskundenbereich ist ja nochmal eine ganz andere Liga. Ja. Aber man merkt, dass man da schon unendliche Weiten quasi hat. Mhm. Und damit schweiße ich quasi jetzt mal meinen Warp-Antrieb an. Ich bedanke mich bei dir, dass du mit dabei warst. Gerne. Und ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, was euch noch interessieren würde an Themen, an Fachbegriffen, wie Steven schon gesagt hat. Und dann können wir gerne mal dazu nochmal entweder noch eine weitere Folge machen oder halt mal ein paar Videos dazu machen. Und in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuschauen auf YouTube. Vielen Dank an meinen Sponsor und an meine Patreon. Und in diesem Sinne, HODL the Lion, Happy Printing und Ciao. Tschüss. יתo Wow. Was ist Neater.